Gravierende Änderungen kündigen sich auf den Wertstoffhöfen des Landkreises bei der Abfallentsorgung an. Ab dem neuen Jahr sollen alle Abfälle, Grünschnitt, Sperrmüll, Elektroschrott, Batterien, Schadstoffe, Bauschutt mittels mobiler Erfassungsgeräte nach Art und Menge erfasst werden. Dann hält die digitale Technik Einzug auf den Wertstoffhöfen. Notwendig zur Entsorgung wird dann ein Personalausweis sein. Um das zu umgehen, bietet der Landkreis eine Kundenkarte an, mit deren Vorlage sich Wartezeiten verkürzen und Anlieferungen vereinfachen lassen. Zumindest hofft man das, wenn sich das neue System eingespielt hat. In der Anfangszeit dürften noch Wartezeiten auftreten, räumt die Kreisverwaltung ein. Das Ausstellen und die Ausgabe der Kundenkarten beginnt jetzt. Dazu ist die einmalige Vorlage eines Personalausweises notwendig. Den Bedenken von Einwohnern, die digitale Erfassung sei ein weiterer Schritt zum gläsernen Bürger, widerspricht die Kreisverwaltung. Zwar würden die Daten auf den Servern des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft gespeichert, jedoch würden sie nach drei Jahren aus dem Abfallregister gelöscht, hieß es. Fiskalisch relevante Daten werden den Vorschriften entsprechend nach zehn Jahren gelöscht. Alle Daten würden ausschließlich für die Zwecke der Abfallwirtschaft gespeichert und verwendet und nicht weiterverarbeitet oder mit anderen Datensätzen verknüpft, versichert die Kreisverwaltung. Hintergrund der nun eingeleiteten umfangreichen Dokumentation ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das die Führung eines Abfallregisters zwingend vorschreibt. Ein Nebeneffekt dieser Maßnahme ist, dass damit künftig sichergestellt sei, dass ausschließlich berechtigte Kunden die Wertstoffhilfe des Landkreises nutzen.